Musik 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 The Living Culture Award, Lady Power Award 2010 in der Kultursektion Living Family ergeht an Andrea Nagel. Musik Die Worte, die Frau Stadträtin Sonja Kramer gesprochen hat, kommen aus meinem Herzen und ich lebe sie sehr, sehr gerne. Kurz Laudation, Living heißt Leben. Der Living Culture Lady Power Award 2010 in der Kultursektion Living Business geht an Frieda und Karin Polzhofer. Herzlichen Glückwunsch. Musik Der Living Culture Lady Power Award 2010 in der Kultursektion Living Life Support geht an die Frau und Frauen der Katastrophen für Österreicher Frau Steyrmark, Monika Zechner und Rudi Klasik. Wir machen es gerne und wir helfen Menschen, denen es nicht so gut geht wie uns allen hier. Musik Das Einzige ist unwiederholbar, macht so schnell in keiner Nacht. Graz, meine Lieden, hat etwas für Jösses. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017